Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und zum Sonntag spielen wir natürlich Killer. Und gucken mal, ob wir das noch können. Schön wär's. Okay, sie ist uns in die Arme gelaufen. Das ist gut für uns. Sie läuft halt einfach weiter und ich denke, sie bleibt hier mal irgendwo stehen. Sie ist eh verletzt. Eigentlich muss ich nicht mehr spucken. Aber ich glaube, es gibt Punkte. Jetzt höre ich sie halt auch... Oh, sie hat sich gewaschen. Ich muss sagen, ich höre sie nicht mehr husten. Ach man, warum habe ich mich denn jetzt ablenken lassen? Jetzt ist die Korrupte gleich rum. Ist aber auf jeden Fall die Fang dabei. Okay. Ich bleib halt immer hängen. Ich bin so schlecht geworden. Ich bin so schlecht superonnen. Ja. Oh, oh, oh. Sie ist jetzt schon infiziert. Du hast geliehen eine Zeit drauf, oder? Ja! Naja, soll sie weiter rennen hier? Natürlich treffe ich nicht. Wieso trifft das denn einfach alles nicht? Ich... Ah! Oh, come on. Ah. Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt schmeiß ich den Nea dazwischen Hier, wenn sie jetzt auf der Luke liegt Wenn ich sie überhaupt noch finde Die Blutspur ist doch hier runter gegangen Oh boy Verrückt Gerückt, gerückt Ja Das war jetzt nicht so die erfolgreiche Runde Wir haben ein paar Hooks bekommen Aber das war es dann auch Ja, es kann nur besser werden beim nächsten Mal Ich danke euch fürs Zuschauen Wir sehen uns wieder In der nächsten Folge Bis dahin Macht's gut Und bleibt gesund Tschulidu